Und wir bleiben bei der Musik. Ein Mann mit Mandoline, da hat man bislang nicht sofort an das Schleswig-Holstein-Musik-Festival gedacht. Aber das hat sich vor 5 Jahren geändert. Damals war Avi Avital Porträtkünstler des Festivals. Und das Publikum war begeistert von ihm und seiner Musik. Seitdem ist er immer wieder dabei. Und gestern hat er mit seinem Between-Worlds-Ensemble auf Gut Altenhof bei Eckernförde gespielt. Und Between Worlds, also zwischen den Welten, das passte auch auf die Musik gestern Abend. Er wuchs zwischen Russen und Amerikanern, zwischen Indern und Polen auf, als Kind marokkanischer Eltern in Israel. Diese Multikulti-Kindheit hat Avi Avital geprägt. Grenzen akzeptiert er nicht. Zumindest nicht in der Musik. Darum geht es in diesem Konzert. Unser Thema ist das Drama der nicht existierenden oder verschwimmenden Grenze zwischen klassischer und traditioneller Musik, sagt Avi Avital. Die Klassik auf der einen Seite ist komponiert, durchgearbeitet, verfeinert und harmonisiert. Die traditionelle Musik auf der anderen Seite hat sich über Jahrhunderte durch die Generationen entwickelt und wurde durch Spielen und Hören weitergegeben. Bis unmittelbar vorm Konzert probt Avi Avital die musikalischen Grenzüberschreitungen. Gemeinsam mit zehn Musikerinnen und Musikern aus verschiedensten Ländern und Kulturen. Klassische Werke mit folkloristischen Einflüssen und moderne Versionen traditioneller Musik haben sie einstudiert. Heute Abend ist die Premiere. Es ist ein neues Ensemble und ich bin so aufgeregt. Ich habe ja keine Ahnung, wie das wird. Ich glaube, dass ich erst nach dem Konzert verstehen werde, was das eigentlich wirklich für ein Projekt ist. Und da steckt viel Arbeit drin. Avi Avital möchte unbedingt, dass der Abend ein Erfolg wird, denn anschließend geht es auf Tournee. Ich bin so gespannt. Normalerweise halte ich mich vor dem Konzert in der Garderobe auf. Aber als ich eben hier rauskam und sah, wie die Leute zum Konzert kommen, da ist bei mir der Groschen gefallen. Okay, es passiert wirklich. Die Leute freuen sich, wir freuen uns. Also, lasst uns anfangen. Let's get started, no? Experiment gelungen. Der grenzensprengende Abend kommt bestens an. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.